Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen mal wieder zum Machine Learning und den neuronalen Netzen. Es gibt seit langem endlich mal wieder ein kleines Update zu der Reihe. Und ja, ich habe in, ja sagen wir, kommendes Wochenende was geplant, das was mit generativen, adversarischen Netzwerken zu tun hat, kurz GANs, okay? Und diese GANs sind mittlerweile super populär, denn man kann damit Bilder erstellen. Das heißt nicht nur Bilder irgendwie klassifizieren, wie man es mit GANs macht, sondern man kann sie auch tatsächlich erstellen. Und das ist das Coole. Ja, damit können wir wirklich sehr viel machen. Und im Endeffekt besteht ein GAN-Netzwerk. Es ist tatsächlich ein Netzwerk aus mehreren Netzen, ja, aus mindestens zwei, eigentlich immer genau zwei, beziehungsweise manchmal haben die zwei in sich nochmal mehr Netzen. Das ist jetzt mehr so eine abstrakte Sicht, die wir hier gerade haben. Ja, denn ja, was hier passiert ist, es arbeiten zwei Netze gegeneinander. Man könnte sagen miteinander, aber eigentlich arbeiten sie gegeneinander. Und wenn der eine Recht hat, hat der andere Unrecht. Und wenn der andere Recht hat, hat der eine Unrecht, ja? Das heißt, sie versuchen sich gegenseitig so ein bisschen auszutricksen. Ihr könnt euch das vorstellen wie in einem Spiel, okay? Das heißt ähnlich wie beim Reinforcement Learning, wenn ihr gerade diese ganze Playlist hier gesehen habt. Und zwar, was passiert ist folgendes. Wir nehmen uns, also wir haben einen Datensatz an Katzenbildern, ja? Also sehr, sehr viele Katzenbilder. Sagen wir hier einfach mal 10.000 Katzenbilder. Sollte kein Problem sein, wenn ihr Google mal kurz dazu befragt, dann könnt ihr euch da eigentlich einen relativ guten Datensatz zusammenholen. So, und diese Dinger, die verarbeitet ihr dann in diesem, das habe ich jetzt hier einfach mal als Sample dargestellt, ja? Das verarbeitet ihr einfach so, dass die alle dieselbe Größe haben, alle ungefähr so, ja, eben verarbeitbar sind, okay? Dass die alle gleich groß sind. Sagen wir einfach mal hier diese Größe, okay? Und dann macht ihr folgendes. Dann habt ihr noch ein neuronales Netz. Das nennt sich hier Generator. Das ist ein neuronales Netz, quasi ein inverses CNN, okay? Ihr nehmt einige Random-Zahlen, also einfach 0 und 1 irgendwie miteinander gemischt, ja? Gebt die dem Generator und der produziert euch eine Katze, die genau dasselbe Format hat wie diese Katze da oben. Das heißt quasi ein umgekehrtes CNN. Ihr baut aus einem, am ganz normalen, naja, Vektor halt, baut ihr quasi eine Matrix. Und diese Matrix interpretiert ihr dann als Bild. Und das heißt, diese Matrix besteht ja dann aus mehreren Werten und jedes davon kann, also im Endeffekt habt ihr am Ende, wenn ihr ganz fertig seid, drei Bilder, ja? Das heißt, ihr habt hier einfach mal dann sozusagen, oder halt drei Bilder, eins für R, G und B und jeden Pixel davon könnt ihr quasi aus der Zahl rauslesen, okay? Also im Endeffekt generiert ihr damit nur Werte. So, und diese Werte, wenn sie als Bild interpretiert werden, die sollen dann eine Katze darstellen. Jetzt ist das Ding natürlich am Anfang komplett scheiße, ja? Also da sind wir mal ehrlich. Wenn der GAN oder wenn der Generator anläuft, dann generiert der alles andere als eine Katze. Aber, und das ist jetzt das Coole, was ihr jetzt macht, ist folgendes. Ihr nehmt die Katze, also die tatsächliche oder das tatsächliche Bild von der Katze, und ihr nehmt dieses generierte Bild von der Katze, was eventuell so aussieht, eventuell auch wie eine echte Katze, eventuell aber auch wie was komplett anderes, ja? Da kann alles bei rauskommen. Und das gebt ihr beides dem Diskriminator. Der Diskriminator, der besteht auch wieder aus dem neuronalen Netz, beziehungsweise eigentlich sogar zwei, na eigentlich ist es nur eins, ähm, und verarbeitet beide Bilder über ein CNN und bestimmt, welches Bild von diesen beiden das echte Bild ist. Also welches Bild von diesen beiden ist die echte Katze? So, und ja, was ihr dann im Endeffekt bekommt, ist ein Fehler für den Diskriminator, falls der daneben gelegen ist, und ein Fehler für den Generator, falls der eben hier ein komplett komisches Bild reingegeben hat, was nicht aussieht wie eine Katze. Das heißt, sobald, also der Diskriminator ist ja am Anfang auch noch nicht, ähm, wirklich trainiert, ja? Der hat auch noch keine Ahnung, wie eine Katze aussieht. Das ist wichtig, ja? Und wenn der schon trainiert ist, dann hat der Generator ja keine Ahnung und bekommt die ganze Zeit nur Fehler, 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 Fehler und musste dann quasi raten, wie eine Katze aussieht. Dadurch, dass aber der Diskriminator gleichzeitig wie der Generator trainiert wird, ja, fangen die beide an, so ein bisschen zu verstehen, ah, so sieht eine Katze aus, so sieht eine Katze aus. Weil diesen Fehler, den berechnet ihr auf echten Daten. Das heißt, der Fehler für den Diskriminator, der gibt euch immer an, hey, schau mal, das wäre die echte Katze gewesen. Während, ähm, wenn er richtig getippt hat, sagen wir einfach hier, kein Fehler gemacht. Und dadurch haben wir hier quasi den Generator und den Diskriminator ungefähr ausgeglichen. Hin und wieder ist mal der Diskriminator falsch gewesen, hin und wieder war mal der Generator falsch. Und, ja, dementsprechend wachsen die aneinander und dann kann tatsächlich was relativ Gutes bei rauskommen, wie eben ich euch an, ja, am nächsten Wochenende, sagen wir einfach mal, ähm, als kleinen Teaser zeigen werde. Denn, ja, es gibt da Leute, die generieren damit Bilder von Menschen, die kann man wirklich nicht unterscheiden. Habe ich auch schon mal gezeigt hier auf dem Kanal. Ähm, es gibt Leute, die generieren eben zum Beispiel Katzen, das wäre eine super Übung für euch. Ich habe auch schon mal was mit, ähm, Katzen gemacht, Katzen und Hunden. Da könnt ihr einfach die Katzen nehmen und könnt da einfach welche draus generieren. Das reicht als Datensatz tatsächlich aus und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich echt eine coole Sache. Ähm, ja, und spielt da ein bisschen mit rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, okay? Bis dann, ciao. Ciao.